Willkommen zum sechzehnten Teil der Espresso Bibel als Hörbuch, das uns kurz und knapp durch das Alte und durch das Neue Testament führt. Und los geht's! Die Verklärung Jesu Drei seiner Jünger wurden nicht nur Zeugen seiner Wunder und eindeutigen Behauptungen, Gott zu sein, sondern hatten noch ein anderes aufregendes Erlebnis mit Jesus. Petrus, Jakobus und Johannes waren bei Jesus, als er vor ihren Augen verwandelt wurde. Was in der Bibel beschrieben wird, ist zwar knapp, aber spektakulär. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts, und sein Gewand wurde strahlend weiß. Da redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen im Lichtglanz und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Und vom Himmel hörten sie eine Stimme. Dies ist mein auserwählter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Der Tod und die Auferstehung Jesu Aber nicht nur die von Jesus vollbrachten Wunder und die erstaunlichen Ereignisse, die seine engsten Vertrauten miterlebten, deuteten darauf hin, dass er wirklich Gottes Sohn war. Der überzeugendste Beweis für die Glaubwürdigkeit seiner Behauptung war seine eigene Auferstehung. Nachdem er von Judas Iskariot für dreißig Silberstücke an die Obrigkeiten verkauft und durch einen Kuss verraten worden war, wurde Jesus verhaftet. Durchlief eine Reihe kurz aufeinander folgender Prozesse und wurde schließlich wegen Gotteslästerung, seiner Behauptung Gott zu sein, verurteilt. Er wurde geschlagen, geohrfeigt, bespuckt und man setzte eine Krone aus Dornen auf sein Haupt. Der römische Stadthalter Pontius Pilatus wollte ihn zuerst nicht verurteilen, gab aber schließlich dem Druck des Volkes nach. Jesus wurde gezwungen, sein eigenes Kreuz nach Golgotha zu tragen. Er wurde ans Kreuz genagelt, und während er dort hing, warfen die Soldaten das Los um seine Kleider. Mehr besaß er nicht. Vom Kreuz herab vergab Jesus seinen Peinigern, versprach einem Mitgekreuzigten einen Platz im Himmel und rief zu Gott. Die Kreuzigung war eine grausame Art zu sterben, der Tod sollte langsam und qualvoll sein, und manchmal zog sich das Sterben über mehrere Tage hin. Jesus starb jedoch wenige Stunden, nachdem er ans Kreuz geschlagen worden war. Um sicherzugehen, dass er auch wirklich nicht mehr am Leben war, stach man mit einer Lanze in seine Seite. Zweifelsohne hofften die Römer und die religiösen Oberhäupter der Juden, dass damit der Sache nun endlich ein Ende bereitet worden war. Sie wussten aber auch, dass Jesus gesagt hatte, er werde am dritten Tag nach seinem Tod auferstehen. Deshalb rollten sie einen großen Stein vor sein Grab, versiegelten es und stellten eine Wache davor auf. Als aber drei Tage später eine Gruppe von Frauen kam, um Jesu Leib zu salben, war der Stein weggerollt, und sie fanden das Grab leer. In der Nacht war ein strahlender Engel erschienen, hatte den Stein weggerollt und sich auf ihn gesetzt. Die mutigen Soldaten des Römischen Reiches erschraken so sehr, dass sie aus Furcht vor ihm erbebten. Die Wachen waren offenbar geflohen, wurden aber später von den Hohepriestern bestochen, damit sie behaupteten, sie seien eingeschlafen, und die Jünger Jesu hätten die Leiche gestohlen. Außerdem versprachen sie, bei den Vorgesetzten der Soldaten ein gutes Wort für sie einzulegen, da Rom es sicherlich nicht geduldet hätte, dass Wachen auf ihren Posten schliefen. Der Engel war immer noch dort, als die Frauen am frühen Morgen kamen. Er sagte ihnen, Jesus ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kurze Zeit später sah Maria Magdalena Jesus mit eigenen Augen, und danach trat er ungefähr ein Dutzend weitere Male in Erscheinung. Einmal zeigte er sich einer Gruppe von ungefähr 500 Menschen. Die Bibel liefert uns überzeugende Argumente dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Die verschwundene Leiche ist das Entscheidende. Als sich herumsprach, dass er wieder am Leben war, hätten die Obrigkeiten nichts weiter tun brauchen, als den Leuten den toten Körper zu zeigen, und die Gerüchte wären im Keim erstickt. Und es ist undenkbar, dass die feigen Jünger eine Leiche gestohlen haben könnten, die in einem versiegelten Grab lag und von römischen Soldaten bewacht wurde. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, wissen wir aus der Heiligen Schrift und der Geschichte, dass zehn der verbliebenen elf Jünger, nachdem sich Judas erhängt hatte, als Märtyrer starben. Sicherlich hätte es sich nicht für sie gelohnt, ihr Leben für einen Leichenraub und eine vorgetäuschte Auferstehung zu opfern. Das war der 16. Teil der Espresso-Bibel. Und beim nächsten Mal hören wir, dass nach seiner Kreuzigung gerade mal nur 120 Menschen an Jesus glaubten. Und wir werden hören, wen Gott nach Jesus auf die Welt sandte, damit sich der christliche Glaube verbreiten konnte. Bis zum nächsten Mal.